Ich weiß genau, welche Karten du in der Hand hast und welche Karten du verdeckt hast und nein, ich bin nicht Pegasus. Das klingt schon fast zu schön, um wahr zu sein, aber es ist möglich und ich werde euch heute zeigen bzw. erklären, wie das Ganze eben funktioniert. Und das Besondere daran ist einfach, dass das Ganze eben legal ist und der Gegner dagegen quasi nichts machen kann. Aber der Reihe nach. Ihr habt sicherlich schon das ein oder andere Duell im Master Duel gehabt und falls nicht, schämt euch. Und dort ist euch sicherlich aufgefallen, dass unten rechts solche Symbole sind, dass unter anderem eben ein Klemmbrett und daneben ist ein I und daneben ist quasi eine Karte, wo irgendwie Auto drauf steht. Übrigens, falls bei euch das Symbol nicht zu sehen ist, müsst ihr das Ganze natürlich einstellen. Ihr geht einfach auf die Einstellung und dort geht ihr dann auf Duelleinstellung und dort dann auf Aktivierungsbestätigung, dort stellt ihr auf Schalter. Die anderen Möglichkeiten gehen wir nachher nochmal durch. Also auf Schalter stellen, dann seht ihr das Ganze. So weit, so gut. Das sind jetzt die aktuellen Standardeinstellungen, mit denen ihr bisher auch immer ein Duell bestritten habt. Doch was bedeuten eigentlich die Symbole? Naja, zunächst einmal das Klemmbrett. Das Klemmbrett, da kann man halt eben draufklicken und dann öffnet sich eben der Duellverlauf. Sprich, dort steht alles, was bereits im Duell passiert ist. Also Aktivierung, Searchung, Zerstörung, etc., etc. Also da steht halt eben einfach alles drin. Beim I, wenn ihr dort draufklickt, dann seht ihr alle Informationen, die man eben auf dem Spielfeld sehen kann. Sprich, wie viele Deckkarten hat der Gegner noch? Wie viele Karten hast du oder auch der Gegner eben im Friedhof? Wie viele sind gebanished? Und so weiter und so weiter. Eben alle Informationen. Und dann gibt es eben noch diese Karte, wo Auto drüber steht und das ist eben genau der Aspekt, der relevant für dieses Video ist. Dieser ist standardgemäß immer auf automatisch gestellt. Doch was bedeutet eigentlich, wenn dort eben Auto draufsteht, beziehungsweise wenn dieser Button eben an ist? Diese Einstellung besagt, dass das Spiel euch hilft, automatisch bei sinnvollen oder möglichen Punkten zu fragen, ob ihr eine Karte aktivieren möchtet oder eben nicht. Zum Beispiel, dein Gegner beschwört einfach ein Monster, dann fragt dich das Spiel, ob du eine deiner verdeckten Karten aktivieren möchtest. Genauso passiert das natürlich auch, wenn der Gegner eine Zauber- oder Fallenkarte aktiviert. Auch dann fragt dich das Spiel, möchtest du jetzt eine Karte aktivieren? Ja oder nein? Doch was ist hierbei mit sinnvollen Zeitpunkten eigentlich gemeint? Naja, das Spiel ist sehr komplex und man kann Karten zu sehr vielen verschiedenen Zeitpunkten aktivieren und auch fast wann du möchtest. Vorausgesetzt natürlich, die Bedingungen sind erfüllt. Nehmen wir zum Beispiel Ruf der Gejagd. Das ist eine Fallenkarte und wenn diese Karte bereits ein Zug verdeckt lag und man ein legales Ziel im Friedhof hat, und ja, Ausnahme besteht in den Regeln, dann kann man diese Karte quasi immer aktivieren. Doch anstatt das Spiel dich jetzt ständig fragt, willst du eine Karte aktivieren? Willst du eine Karte aktivieren? Willst du eine Karte aktivieren? Denn entscheidet sich das Spiel dazu, eben nur zu sinnvollen Punkten zu fragen, ob du deine Fallenkarte aktivieren müsstest. In diesem Fall eben, ja, Call of the Hunted. Bedeutet also, wenn der Gegner einen Monster beschwört, fragt er euch, ob du die Karte aktivieren willst. Wenn er euch direkt angreift, fragt er das. Aber dazwischen fragt er euch nicht, obwohl ihr theoretisch diese Karte auch in diesem Fenster aktivieren dürftet. Also ist diese Funktion recht logisch, denn sie sorgt dafür einfach, dass der Spielfluss gewährleistet ist, weil eben nicht alle zwei Sekunden gefragt wird, ob man was aktivieren möchte, sondern eben nur, wenn das Ganze relevant ist. Doch genau hier ist eben der Knackpunkt, womit man automatisch weiß, welche Karten der Gegner gerade in der Hand hat, beziehungsweise welche Karten er gerade auf dem Feld hat. Aber warum eigentlich? Wenn der Gegner einen Button auf automatisch gestellt hat, und wie gesagt, das ist die Standardeinstellung, sprich, eigentlich hat jeder diese Einstellung, außer man ändert das eben, dann wird das Spiel ihn immer fragen, wenn er eine Karte aus Sicht des Spiels sinnvoll aktivieren kann, ob er diese ihm wirklich aktivieren will, auch wenn er gar nicht vorhatte, diese Karte zu aktivieren. Sprich, zum Beispiel, wenn wir Landform aktivieren, dann wird er gefragt, ob er zufällig Ash Blossom aus der Hand aktivieren möchte. Genauso wird auch gefragt, wenn er Max C hat, ob er jetzt hier Max C aktivieren möchte. Auch wenn er beides nicht vorhat, zu aktivieren, wird er dennoch gefragt. Und das Ganze ist nicht irgendwie nur passiert still oder so, sondern es passiert sehr offensichtlich und wird sogar optisch untermalt. Euch ist sehr schon mal aufgefallen, dass das Spielfeld leuchtet. Zum einen rot, zum anderen blau. Und das ist immer hin und her switch zwischen euch und eurem Gegner. Das heißt, immer wo das Licht ist, hat der Spieler die Möglichkeit, eben eine Karte zu aktivieren, auch wenn er es nicht möchte. Wenn er dann jetzt zum Beispiel Nein klickt, dann wechselt das Licht zum anderen Spieler und jetzt kann er ebenfalls eine Karte aktivieren, wenn er eine Karte aktivieren möchte. Natürlich muss man bedenken, dass beim Zugspieler, heißt der Spieler, der dran ist, natürlich das Licht am meisten leuchtet, weil er halt eben Zauberkarten in der Hand hat oder einfach Monster beschwören kann oder so. Aber eben auf Reaktion wechselt das Licht immer hin und her. Je nachdem, wenn der eine Ja oder Nein gesagt hat, wechselt es zum nächsten, wechselt es zum nächsten, solange bis alle Nein gesagt haben oder eben keine Karten mehr existieren, die man eben aktivieren kann. Und genau hier liegt das Problem bzw. ihr könnt genau wissen, welche Karten euer Gegner gerade hat. Also wir kommen wieder zu unserem Beispiel, um das Ganze natürlich nochmal optisch zu verdeutlichen. Wir aktivieren ja in unserem Beispiel Landform und das Licht geht zum Gegner rüber. Jetzt wissen wir, er kann, wenn er will, eine Karte aktivieren. Da er noch nichts auf dem Feld hat, hat er natürlich eine Handtrap, also eine Karte, die er aus der Hand aktivieren kann. Wichtig ist, es ist auch eine Karte, die auf Landform aktivierbar ist. Heißt, dort können nicht so viele Karten in Frage kommen, da Landform ja die erste Karte auf dem Feld ist und sie euch was sucht. Sprich, auf Landform kann aus der logischen Sicht nur Ashblossom oder Maxee aktiviert werden, weil das die einzigen sinnvollen Karten sind, die eben eingefragt werden, ob man die jetzt aktivieren möchte. Bedeutet also, sobald ihr eine Zauberkarte aktiviert, die euch was sucht, wird der Gegner gefragt, ob er eben was aktivieren möchte. Sprich, er wird hier gefragt, ob er Maxee oder Ash aktivieren möchte. Und diese Information kriegen wir einfach dadurch, dass das Licht eben zum Gegner wechselt. Und das ist natürlich eine Information, die wir eigentlich im normalen Duell nicht hatten. Und wenn der Gegner sich jetzt entscheidet, hier nicht seine Karte zu benutzen, wissen wir dennoch, dass er eben eine Karte in der Hand hat, die er aktivieren kann und die eben was macht, wenn wir eine Zauberkarte aktivieren, beziehungsweise wenn wir eben was suchen. Und das ist natürlich nur der Anfang. Das Ganze funktioniert nicht nur beim Suchen, sondern eben auch bei anderen Karten. Sprich, egal welche Karte ihr aktiviert, wenn der Gegner was Sinnvolles darauf aktivieren könnte, dann wird er gefragt und ihr könnt das eben optisch sehen durch das Licht. Bedeutet also, der Gegner gibt euch immer mehr Informationen, obwohl er das Ganze möchte. Das gibt euch einfach den Riesenvorteil, dass ihr eben um Karten herumspielen könnt, weil ihr eben wisst, dass der Gegner entsprechende Karten hat. Jetzt fragt man sich sicherlich, wie man sich festlegen soll, da ja sicherlich sehr viele Karten in Frage kommen könnten. Und erstmal ist das auch so richtig. Im Master Duel gibt es über 7000 verschiedene Karten und natürlich können sehr viele Karten in Frage kommen und vielleicht auch Karten, die ihr gar nicht auf dem Schirm habt. Aber es gibt so etwas wie eine Meta, sprich Karten, die eben häufiger gespielt werden, beziehungsweise Decks, die häufiger gespielt werden und oft vertreten sind. Das Ganze wird sogar von einer Webseite getrackt, sprich alle Decks, die in Platin 1 gekommen sind und alle Turnierdecks werden dort gesammelt und eben halt die Decklisten und auch die Karten aufgelistet. Und dort gibt es eben auch eine Aufzählung von den meistgespieltesten Karten eben in Master Duel. Die Seite verlinke ich natürlich auch in der Infobox, könnt einfach mal reinschauen, beziehungsweise wir gucken uns das jetzt natürlich auch zusammen einmal an. Wenn ihr jetzt auf dieser Seite seid, seht ihr eben, welche Karten am meisten gespielt werden und könnt so Karten erraten, beziehungsweise ausschließen, die euer Gegner spielt, beziehungsweise eben nicht spielt. So, soweit die Theorie, doch wie sieht das Ganze natürlich in der Praxis aus? Wenn wir uns das Ganze mal angucken, sehr oft wird zum Beispiel Maxey und Ashblossom gespielt, sprich das ist eine Karte, die sehr häufig vorkommt und in unserem Beispiel mit Landform könnte der Gegner eventuell eben Ashblossom oder Maxey auf der Hand haben. Also passt die Theorie und das Ganze ist eben sehr einsichtlich. Er hat eins dieser beiden Karten auf der Hand und das gibt uns eben sehr viele Informationen. Aber ein Beispiel reicht natürlich nicht und wir gehen jetzt noch mehrere Beispiele durch. Zum Beispiel, falls der Gegner Nibiru in der Hand hat, keine Feld, keine Friedhof-Effekte, hat er ja nur noch eine Handkarte und das ist eben Nibiru. Wir wissen natürlich nicht, ob er Nibiru hat oder nicht und das Spiel verrät uns auch erstmal nicht, ob er Nibiru hat. Jedoch, sobald die fünfte Summon passiert ist, wird das Licht zum Gegner wechseln und er wird gefragt, ob er jetzt nicht vielleicht Nibiru aktivieren möchte. Das gibt euch einfach den Vorteil, dass ihr nach der fünften Summon wisst, dass der Gegner Nibiru in der Hand hat und ihr könnt ab jetzt, solange ihr es natürlich noch könnt, eben um Nibiru rumspielen oder eben ein Negate aufstellen, um Nibiru eben zu negaten. Gibt euch also wieder einen riesen Vorteil und hilft euch eben extrem, das Duell einfach zu gewinnen. Oder einfach ein anderes Beispiel. Zum Beispiel, ihr beschwört ein Extradeck-Monster, was auf der Summon einen Effekt bekommt. Doch bevor ihr überhaupt diesen Effekt aktivieren kommt, wechselt das Licht zum Gegner und der Gegner wird gefragt, ob er jetzt was aktivieren möchte. Doch das ist ja ziemlich komisch, denn ihr habt ja noch gar keinen Monster-Effekt aktiviert. Sprich, hier wird wohl eine Karte im Spiel sein, die auf die Beschwörung reagiert. Und hier gucken wir natürlich wieder, welche Karten können überhaupt in Frage können. Und wir sehen, viele spielen zum Beispiel Solemn Judgment oder natürlich auch theoretisch geht Solemn Strike. Sprich, wenn eure Beschwörung noch nicht erfolgreich durchgeführt ist, wird der Gegner gefragt, möchtest du vielleicht hier Solemn Strike oder Solemn Judgment aktivieren. Bedeutet, wir haben wieder eine weitere Information, dass eben einer dieser beiden Karten verdeckt hat und können eben unser Spiel so anpassen, dass wir eben nicht dort reinfallen in diese Fallen bzw. eben nicht durch diese Karten automatisch verlieren und können das Ganze eben auskontern. Oder einfach ein anderes Beispiel. Wir befinden uns gerade in der Main Phase 1 und wir wollen ein Kombo. Der Gegner hat noch exakt eine Karte verdeckt und hat sonst keine Optionen mehr. Jetzt fangen wir ein, Monster zu beschwören, fangen an, den Effekt zu nutzen und fangen an, unsere Kombo zu machen. Das Licht wechselt jedoch nicht zum Gegner. Das bedeutet also, der Gegner hat anscheinend hier keine sinnvolle Karte, die man zu diesem Zeitpunkt aktivieren kann. Sprich, ihr könnt eure Kombo komplett durchziehen und könnt dann einfach dementsprechend auch vorbereiten. Entweder zerstört ihr zum Beispiel die Zauber- und Fallenkarte oder eben baut Negate auf, um eventuell diese Karte zu negaten. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel in diesem Beispiel in die Battle Phase gehen und mit einem Monster direkt angreifen wollen, dann auf einmal wechselt das Licht zum Gegner. Hm, was könnte das sein? Es ist wohl eine Karte, die entweder nur in der Battle Phase aktivierbar ist oder eine Karte ist, die nur auf den Angriff aktivierbar ist. Zum Beispiel Spiegelkraft. Und so könnt euch jetzt stundenlang mit Beispielen weitermachen. Immer wenn wir eine Karte aktivieren oder eine Aktion ausführen und das Licht zum Gegner geht, wissen wir, dass er eben darauf reagieren kann bzw. Karten hat, die man eben zu diesem Zeitpunkt aktivieren kann und er gibt uns eben wieder weiter Informationen. Natürlich sollte man sich dafür über die meistgespieltesten Karten informieren und eben wissen, was diese natürlich können. Wenn wir uns zum Beispiel hier die meistgespieltesten Karten angucken, sehen wir, dass eine Karte darunter im Permanent ist. Sie kann einen Monster-Effekt negieren. Sprich, wenn wir auf dem Feld irgendeinen Effekt aktivieren von einem Monster, zum Beispiel einen Antikar-Boost oder einfach einen Effekt, der zum Beispiel eine Karte zurück auf die Hand gibt, dann kann es sein, dass das Licht zum Gegner geht und dann wissen wir, okay, er kann hier anscheinend auf einen Monster-Effekt reagieren und es ist kein Surge-Effekt oder ähnliches, sprich, Ash Blossom fällt hier raus, dann reduziert es die Auswahl, welche Karte es sein könnte, denn hier könnte es in diesem Fall dann nur Impermanence, Effektverschleier oder Maxé sein. Also ihr merkt, dieses System ist wirklich gut und gibt euch wirklich viel Aufschluss darüber, was der Gegner gerade in der Hand hat. Ich glaube, so langsam ist jedem klar, wie das Ganze funktioniert. Sobald das Feld des Gegners leuchtet, bekommen wir Informationen darüber, welche Karten wir eventuell haben könnten und können eben dementsprechend drum herum spielen und selbst wenn wir das Ganze nicht können, wissen wir einfach Sachen, die wir eigentlich nicht wissen sollten. Denn wenn wir einfach ein normales Duell hätten, also mit echten Karten, dann würde man diese Information eben nicht bekommen, aber das Spiel gibt uns eben freiwillig diese Information und die nehmen wir, glaube ich, gratis einfach mal so mit. Und das ist der große Trick. Viele kennen ihn vielleicht schon, aber eben nicht jeder und deswegen wollte ich dazu natürlich ein Video machen. Ich wurde nämlich oft in Streams gefragt, woher ich weiß, dass ich sage, oh, der Gegner hat einen Ash oder oh, der Gegner hat einen Maxé oder eben auf eine Summon. Oh, da ist ein Solemn Strike oder ein Solemn Judgment. Viele fragen eben, woher ich diese Information habe, obwohl ich das ja gar nicht wissen kann. Ja, jetzt wisst ihr es. Doch die Frage, die sich jeder jetzt natürlich stellt, warte mal, wenn ich das kann, kann mein Gegner das doch genauso. Und die Antwort ist, ja klar. Der Gegner kann genauso lesen, ob ihr eben Karten habt oder nicht. Jedoch gibt es eine Möglichkeit, das Ganze zu unterbinden. Jedoch braucht man dafür ein bisschen Übung und vor allen Dingen das richtige Timing. Aber ich erkläre es euch. Wie gesagt, ist die Standardeinstellung ja automatisch. Sprich, bei jedem ist das genauso eingestellt. Jedoch ist das Ganze eben umstellbar und man kann das automatisch quasi entfernen beziehungsweise eben auf etwas anderes stellen. Hierbei gibt es eben folgende Auswahlmöglichkeiten und zwar automatisch Halten 1, Halten 2, Halten 3 und eben Schalter. Wir gucken uns jetzt erstmal die Funktion Schalter an. Hierbei seht ihr unten rechts eben das Symbol und dort könnt ihr draufklicken. Dort gibt es dann drei verschiedene Möglichkeiten, die eben, wenn ihr draufklickt, dann erscheinen und zwar einmal Off, On und Automatisch. Wie gesagt, automatisch bedeutet einfach, das Spiel fragt euch immer zu sinnvollen Zeitpunkten und wenn ihr Karten aktivieren könnt, ob ihr diese eben jetzt aktivieren wollt oder nicht. Wenn ihr das Ganze auf Off gestellt habt, dann fragt euch das Spiel gar nicht mehr, ob ihr was aktivieren wollt. Sprich, wenn euer Gegner zum Beispiel Landform aktiviert und ihr habt eine Ash-Bloss in der Hand, dann fragt ihr euch nicht, ob ihr Ash aktivieren wollt, sondern macht einfach weiter. Ist natürlich ein Problem, wenn ihr eben genau diese Karte gerade aktivieren wollt. Und dann gibt es noch die On-Funktion. Hierbei fragt euch das Spiel zu jedem möglichen Zeitpunkt, ob ihr eine Karte aktivieren wollt. Sprich, ihr werdet ständig gefragt. Du willst deine Mainphase verlassen? Warte, du könntest eine Karte aktivieren. Du willst deine Battlephase verlassen? Halt, du könntest eine Karte aktivieren. Du willst in die Mainphase 2 gehen? Halt, du könntest eine Karte aktivieren. Du willst in die Endphase gehen? Halt, du kannst eine Karte aktivieren. Ihr merkt, das Spiel fragt euch ständig, wenn ihr eben eine Karte aktivieren könnt, ob ihr eben jetzt zu diesem Zeitpunkt eine Karte aktivieren wollt. Soweit zu den Funktionen. Jetzt natürlich wieder ein Beispiel. Wenn ihr also gegen ein Deck spielt und ihr wisst, ah, dieses Deck will auf ein Link-Monster gehen und ich habe eine Ash-Blossom und will darauf meine Ash werfen, dann ist es ja blöd, wenn ihr eben diese Ashen vorher verratet. Sprich, ihr könnt einfach den Schalter anklicken, eben auf Off stellen und dann kann der Gegner erstmal ganz bequem seine Kombo machen und denkt, okay, der hat ja gar nichts. Dann aber, kurz bevor er das Link-Monster beschwört, stellt er wieder auf Auto oder eben auf An und dann beschwört er sein Link-Monster und flupp, auf einmal wechselt das Licht und ihr könnt eure Ash-Blossom zum Beispiel aktivieren. Das ist natürlich ein großer Vorteil, weil der Gegner euch eben nicht lesen kann. Und so könnt ihr das Ganze eben dodgen und verratet nicht so wirklich, was ihr in der Hand habt. Das Problem ist natürlich, wenn ihr eben das Zeitfenster verpasst, dann kann es sein, dass der Gegner einfach weitermachen kann, obwohl ihr es hättet verhindern können. Also hier braucht man auf jeden Fall ein bisschen Timing und auch vor allen Dingen Übo. Und so könnt ihr eben ganz einfach Informationen verheimlichen. Das große Problem an der Sache ist natürlich, dass ihr eben das Deck des Gegners kennen müsst und vor allen Dingen auch wissen müsst, wo man das Ganze interrupten kann bzw. wo es am sinnvollsten ist, eure Karte zu benutzen. Übrigens gibt es noch andere Möglichkeiten, eure Informationen zu verheimlichen mit eben den drei anderen Einstellungen, die wir noch nicht hier drin hatten. Es gibt eben noch Halten 1, 2 und 3 und die gucken wir uns natürlich Stück für Stück ebenfalls nochmal an. Bei Halten 1 ist das Ganze auf automatisch gestellt, wie eben normalerweise auch. Jedoch, wenn ihr die linke Maustaste drückt, dann ist es auf On. Sprich, das Spiel fragt euch immer wieder, wann ihr was aktivieren möchtet. Bei Halten 2 ist die Einstellung eigentlich auf automatisch gestellt. Es sei denn, ihr drückt die linke Maustaste, denn dort ist dann Off eingestellt. Sprich, so könnt ihr ebenfalls eure Informationen geheim halten. Und bei den Drickenhalten handelt es sich um die Funktion, dass alles immer auf Off ist. Es sei denn, ihr drückt die Maustaste, dann ist es nämlich auf automatisch gestellt. Ich empfehle euch aber, den Schalter zu benutzen und nicht die Haltenfunktion, denn es wäre doch ziemlich ärgerlich, wenn ihr das Duell irgendwie verliert, weil ihr von der Maustaste abgerutscht seid oder weil ihr die Maustaste nicht rechtzeitig gedrückt habt. Also ich benutze selber auch den Schalter, aber man kann natürlich auch theoretisch die Maustasten benutzen. Ist dem alles eine Übungssache und vor allen Dingen natürlich eine Gewöhnungssache. Das waren jetzt auf jeden Fall sehr viele Informationen auf einmal und nochmal zusammengefasst. Standardgemäß ist das Spiel auf automatisch gestellt, bedeutet also, ihr bekommt immer Informationen, ob der Gegner eine Karte zu diesem Zeitpunkt aktivieren kann, indem eben das Licht zum Gegner wechselt und ihr bekommt so Gratisinformationen, die ihr normalerweise eben nicht bekommen könntet und hat einen Vorteil im Spiel beziehungsweise könnt eben eventuell um die ein oder andere Karte drumherum spielen. Aber am Ende nochmal ein kleiner Tipp und zwar wir kommen zu der Karte Maxi. Maxi ist eine ziemlich dumme Karte und nicht nur eben wegen ihres Effekts, sondern auch, weil diese Karte einfach immer aktiviert werden kann. Sprich, der Gegner wird immer gefragt, möchtest du die jetzt aktivieren? Und dann geht es wieder zurück. Und wenn ihr eine andere Karte aktiviert, fragt er ebenfalls. Das bedeutet also, wenn ihr eine Sucherkarte aktiviert, ist eben da eventuell Maxi drunter oder eben Ash. Und das ist halt bei Effektmonstern so, das sind Permanence, Wailer oder eben Maxi. Sprich, Maxi kommt quasi immer in Frage und müsst ihr eben immer mit einbedenken, dass diese Karte eventuell auf der Hand ist. Das heißt, ihr habt eigentlich nie die genaue Sicherheit, welche Karte in der Hand hat, solange eben Maxi das, weil die Karte halt einfach immer aktiviert werden kann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vor allen Dingen, es hat euch weitergeholfen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und vor allen Dingen viel Spaß beim Duellieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017